Der Normalfall bei der Abwicklung einer Auktion sieht ja so aus. Die Auktion wird abgeschlossen, danach werden bestimmte Daten ausgetauscht, nämlich die Bankdaten oder die Adressdaten, damit die Bezahlung erfolgen kann und die Ware verschickt werden kann. Die Lieferung geht dann vonstatten, der Käufer erhält die Ware, der Verkäufer hat vorher das Geld bekommen und gegenseitig kann man sich dann noch bewerten oder sollte man sich bewerten bei Ebay und Co. und dann ist so eine Auktion eigentlich ganz normal vollendet. Das wäre der Normalfall, der Idealfall. Hierbei kommt der Vertrag zustande aus juristischer Sicht dann per Zeitablauf, wenn also einfach die Auktionsspanne zu Ende ist und der Höchstbietende dann eben Vertragspartner wird oder dann, wenn ein Bieter die Sofortkaufoption, sofern sie angeboten wird, ausübt. In den beiden Fällen wird dann ein wirksamer Vertrag geschlossen und die Abwicklung des Ganzen kann beginnen. Wie man sich sehr gut vorstellen kann, gibt es natürlich auch viele denkbare Probleme in solchen Konstellationen. Es kann also zum Beispiel eine mangelhafte Ware oder Dienstleistung erbracht oder verschickt werden. Der Käufer, wenn es ein Verbraucher ist, also ein privater Käufer, kann sein Widerrufsrecht ausüben gegenüber einem Gewerbetreibenden, sodass also der Vertrag, der eigentlich geschlossen wurde, dann wieder rückabgewickelt werden muss. Eine Leistung, entweder die Zahlung des Geldes oder die Warenlieferung kann schlichtweg ausbleiben. Es gibt viele Konstellationen, wo es dann eben doch problematisch werden kann. Das muss natürlich letztlich juristisch alles geregelt werden. Wenn jetzt eine Partei die Erfüllung dieses Vertrages, der dann wirksam zustande gekommen ist, verweigert, wenn der Käufer das Geld nicht zahlen möchte oder der Verkäufer ihm die Ware nicht verschicken möchte, dann hat der jeweils andere einen Erfüllungsanspruch. Er kann also sagen, wir haben diesen Vertrag geschlossen, packt das Sundservanda, die Verträge sind einzuhalten, die man einmal eingegangen ist. Ist alles gut abgelaufen, also verschickt mir auch bitte die Ware, beziehungsweise andersherum, bitte zahlt auch das Geld. Wir haben uns darauf verständigt innerhalb der eBay-Auktion. Da muss das natürlich auch durchgeführt werden. Es ist der Normalfall, wenn die Abwicklung ganz normal funktioniert, ist wahrscheinlich die überwiegenden Anzahl der Fällen so. Die Probleme gibt es zwar auch, ist aber nicht der Normalfall, sondern eher die Ausnahme wahrscheinlich. Manchmal einfach durch Missverständnisse, manchmal auch durch Missbrauch oder durch Betrugsabsichten etc., das gibt es natürlich auch. Dazu ist die eBay-Auktionsplattform einfach zu groß, da sind viel zu viele Mitglieder, als dass es da immer alles ideal ablaufen würde. Wenn der Vertrag ganz normal geschlossen wird, hat man wie gesagt einen entsprechenden Erfüllungsanspruch. Wenn dieser Erfüllungsanspruch nicht durchgesetzt werden kann, dann hat man sogar auch einen weitergehenden Anspruch auf Schadensersatz zum Beispiel, der durch den Verzug entstanden ist, dann bestimmte Zinsen oder Anwaltskosten, die dadurch entstehen oder Gerichtskosten, die man möglicherweise sogar zahlen muss. Dieser Anspruch hat man dann zusätzlich zu dem eigentlichen Erfüllungsanspruch. Ideal wäre es natürlich, wenn die Auktion einmal so wie sie geplant ist, das Ganze mal durchgeführt wird. Es gibt aber durchaus diverse Probleme, mit denen man dann umgehen muss.